Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist schwarz und sitzt auf der Couch? Ein Behinderter nach einem Zimmerbrand. Was ist rot und steht daneben? Sein Rollstuhl, der immer noch glüht. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn ihr ihn gut findet, gebt mir ein Like, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite, erzählt ihm euren Freunden. Damit ihr nächste Woche wieder dabei seid, lasst mir ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, erfolgreiche Woche und bis bald. Bis zum nächsten Mal.